Fuck! Essen ist im Kühlschrank und wenn was ist, dann ruf an oder geh zu den Müllers. Schatz? Ja? Hast du die Tickets? Die hab ich eingesteckt. Warte, ich schau, hab ich da rein. Ich bin schon mal beim Auto. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Heute kein Besuch. Denk an deinen Vater. Ja? Ach Mist. Ich hab die Spülmaschine nicht angestellt. Kannst du das für mich machen? Einfach Pulver rein und den Knopf drücken. Ja, ja, mach ich. Danke. Ciao. Ja. Ja. Hallo. Ich hab dich drauf. Hier auch? Ja. Ja, ja. Hey, Sven. Was geht? Ja. 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 Hey, du bleibst was mir! Hi, wie geht's? Alles gut? Krass, dass sich deine Eltern so eine Party schmeißen lassen. Deine Eltern wissen gar nichts von einer Party. Krass! Keine Aktion, Alter! Rack! Leute! Die Party ist vorbei! Meine Eltern sind zurück! Los, verschwindet! Wenn meine Eltern davon mitbekommen, ist die Schicht im Schacht! Mein Vaters Herz krank! Los, pack mit an! Wir sind zu Hause! Hey! Wie war's? Zum Kotzen! Das scheiß Konzert ist ausgefallen! Dein Vater ist gerade etwas schlecht zu sprechen! Und? Was hast du den ganzen Abend lang gemacht? Was war das? Nichts! Das war bestimmt die Nachbarskatze, die will schon den ganzen Abend bei uns im Müll rum. Aber ich habe alles wieder aufgeräumt und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das ist mein Junge. Hilfsbereit, zuvorkommend, so wie es sein soll. Und deine Mutter hatte schon Sorgen, du hättest wieder das Humbug im Kopf. Hast du die Schulsachen fertig? Mama, du nervst! Echt? Wo hast du gekocht? Tante Gerda hat uns am Wochenende zum Kaffee eingeladen. Kommst du auch? Wann ist das denn? Samstag um drei. Da wollte ich eigentlich mit den Jungs zum Fußball. Aber vielleicht komme ich später nach. Wo guckst du hin? Wie geht das Gerda eigentlich? Ach, das Übliche. Rückenprobleme, aber sonst ganz die Alte. Sie will jetzt den Orthopäden wechseln. Ja, wenn es sonst nichts ist. Hab ich noch ein Bein offen? Sekunde. Sekunde. Willst du auch einen Schluck? Nee, nee. Was ist los? Du kommst doch auf den Geschmack, warte ab. Warum setzt du dich nicht schon mal ins Wohnzimmer und wir spielen später was zusammen? Karten oder so. Okay, wunderbar. Was ist hier los? Das mit dem Wohnzimmer ist so eine Sache. was? Hat er das gesehen? Ist was? Oh nein. Schatz, sollten wir nicht langsam mal ins Bett gehen? Boah, Fazit! Ja! Mama, Papa, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass es so ausartet. Ich dachte, ihr seid weg bis morgen früh. Ich will nicht, dass Papa wieder ins Krankenhaus muss. Ich wollte nur einmal Party machen, Spaß haben. Krankenhaus! Nee, sterben kann ich auch später noch. Alles gut. Aber Party? Das ist doch mega geil! I got a girl that got to miss my fly. When it goes around and she gone back. 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 Hello! 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 I got a girl that got her behind and she gone back. I got a girl that got her behind and she gone back. If they got somebody out and she gone back. For one time for the one time for the one time. I remember when we were still in college and your girl's boyfriend, friends was always trying to holler, not a lot. Change, sin, sin, but they don't want these problems. Let the top fold, ride slow Let them know I got you, never been insecure But I don't play about you, don't care who you were before Or what they say about you, we fresh like air, no pollute We didn't get too far, there's no flu When you on my arm, you look great Let them hate, cause they on mute And girl, I brought you around my mom and them Now I can't come around without you I got money and respect, but you know that that pussy's power Type didn't make any man feel rejection I was no coward, got your heart in my possession Guess you can say it's ours You find life, let me just say you gifted No understatement, let me rephrase it You so exquisite I'd be dumb if I didn't Turn you into my missus With your ups and downs, but with me Wann ist das denn? Samstag um drei Da wollte ich eigentlich mit den Jungs zum Fußball Vielleicht komm ich nach Wo guckst du hin? Äh, aber wie geht es jeder eigentlich? Ganz super, ey You can play with me Timm, die Ich hab mich nicht gemütet Ich hab mich nicht gemütet Aber wie geht es jeder Ich hab mich nicht mit den Jungs auf in die Woche Vielen Dank.